Hallo, ich bin Dirk, gehöre zur Generation Golf und gemeinsam mit Andi habe ich die Innovation Booster GmbH gegründet. Hallo, ich bin Andi und gehöre der etwas neueren Generation Golf an. Aufgrund unserer Erfahrung in einem weltweit agierenden Konzern mussten wir feststellen, dass echte Innovation nur von außen funktionieren kann. Mit Querdenken, Pioniergeist und einem gesunden Maß an Humor. So schaffen wir es in Konzernen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen Strukturen aufzubrechen, um Raum, Zeit und das Mindset für positive Transformation zu entwickeln. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Innovation nur im Team funktionieren kann. Und dabei haben wir festgestellt, dass es sehr viele Parallelen zur Fußballwelt gibt. Deshalb bauen wir eine Mannschaft auf, bestehend aus euch, euren Mitarbeitern, unserem Netzwerk, Startups, uns und natürlich das Wichtigste, den zwölften Mann euren Kunden. Wenn man das große Thema Innovation nach vorne bringen möchte, sollte man einfach mal out of the box denken. Dies führt dann dazu, dass man eben von außen auf die inneren Strukturen schaut, um diese positiv zu verändern. Vergleicht euer Unternehmen einfach mal mit einem Fußballstadion. Genauso wie es in einem Stadion unterschiedliche Blöcke und Fankurgen gibt, so gibt es in eurem Unternehmen unterschiedliche Ressorts und unterschiedliche Abteilungen mit den verschiedensten Interessen. Unser Sturm besteht unter anderem aus Querdenkern, Visionären, Experten und Machern. Und gemeinsam mit ihnen treten wir an gegen die Innovationskiller, Prozesse, Bürokratie und Kosten. Und wir als Coaches führen dieses Team zum Erfolg. Hier kommt unsere Taktik zum Einsatz und die wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Hauptsache das Runde rollt ins Eckige. Stellt euch also vor, ihr steht vor der Herausforderung, eine erfolgreiche Fußballmannschaft aufbauen zu müssen. Dann habt ihr genau zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr baut das Team komplett selber auf mit allem, was dazugehört und vergeudet unnötig Zeit und Ressourcen, oder? Zweitens, ihr lasst es Profis machen. Wir haben das Team aus Experten, Startups und Machern, die euer Business zum Volltreffer werden lassen. Unsere Spielfelder sind Innovation, Transformation, Kooperation und Kommunikation. Und wann betretet ihr unser Spielfeld?